Was ist das? Was ist das? Nein, du bist schuld! Nein, du bist schuld! Ich würde meine ganze Ausrede wahrscheinlich versaufen. Das steht doch nicht schon immer vom Dördchen da. Das ist aber schön nicht gut, aber so egal. Ich spiele nicht gut. Käse ist gut. Käse? Soll ich gehen. Was soll ich denn? Blau? Äh... Einfach aufs Gegnerische Tor schießen. Ich glaub ich die Sichtwinkel. Wer hast du? Freikamera. Ich hab die Kamera umbescheiden auszusehen. Oh oh. Hätte ich vorhin umgekickt hier. Ja, ich glaub das war ich. War gut. Sehr nett von hier. Es tut mir leid. Ja, das war ich. Ja, passiert im Krieg. Passiert. Scheiße. Boah, was ist das? Ich hab den Ball verfehlt. Na ja, passiert. Pita. Passiert, kann auch passieren. Ja. Was ist denn der Push-to-Talk, hast du? Klar, glaub ich. Guck mal wie knapp das war. Von der mittleren Maustaste? Ah, bitte mehr. Abgewährt. Nein. Ich hab vergessen zu springen. Ups, Entschuldigung. Kann ja mal passieren. Nein. Ich kress einfach diesen Ball nicht. Ach, da. Scheiße. Komm, kick das Ding vor. Alter, war zu schnell. Ja, gut. Ne, jetzt spielen wir uns fähr und übel. Diese Magnetzeuge und schwache Dinge. Ja, und flirrend leider. Na gut, haben wir vor uns auch. Das ist ja egal. Wir haben uns ehrlich verloren, als wir mit... ...schwachen. ...schwachen. So, jetzt würde ich sagen. Jetzt machen wir ein Tor, ne? Comeback, ne? Vier Tore. Ja, Samy, das läuft doch schon mal. Es läuft nicht, ich fahre. Wo du fliegst? Mach Auto. Mach Auto. Mach Auto. Ich kann mit dem Auto nicht fliegen. Komm, komm, bitte. Ja, von der Busch. Ja, okay. Komm, bitte. Was denn? Das läuft doch. Das ist ein Dux-Ding. Nein, das war kein Dux-Ding, ja? Ausgedrügelt worden. Es gab jetzt Zeit, ungefähr vor... ...zehn Monaten, da war es noch besser ausgehen. Du mal, alle haben den... ...getroffen. Hast du gerade gesagt, es gab Zeiten, da warst du besser als ich? Ja, zehn Monaten ungefähr. Schön, was in der Zeit passiert ist alles, ne? Nein! Oh nein! Nein! Ach, sehr gut, Uwe. Ja, das hat jetzt viel passiert, das gebe ich zu. Ich habe mich auch entwickelt in dieser Zeit. Richtig. Du hast ja zehn Leute aufgeholt. Ja, richtig. Ich spiele aber im Endeffekt trotzdem was so scheiße vorher. Nee, ja. Unkrautvergegner. Zack! Ich spiele das Spiel ein bisschen so wie immer. Ich kann es nicht, ich werde es auch nicht können. Ich spiele es einfach mit ein paar anderen Spielen. Okay, das Einzige, was ich kann... Oh. Nein! Oh. Ups. Ich habe kein Fuß, das hätte ich es geschafft. Das Einzige, was ich kann, ist im Tor stehen oder alle wegkicken. Ja, dann mach doch eins von beiden. Das war das doch gut. Mein eigener Mitspieler wegkicken. Achso. Dann stehst du im Tor halt. Uwe, ist das nicht so schlau, wenn wir beide im Tor stehen und beide vorkommen? Doch. Verwirrung des Gegners. Verwirrung? Ja gut, das ist natürlich ohne Taktik. Die fünf Tore werden wir doch noch aufholen können. Die haben sechs Tore in der gleichen Zeit geschossen. Ja, dann fang mal an, die haben den Tore schießen. Los! Ach, nee. Ich hab eigentlich das... Ich hab immer auch so das... Ich nenne das das Pfosten-Syndrom. Ja. Da, Pfosten-Syndrom. Ja, Köln hat gestern auch gegen Eintracht verloren, also... Wow! Tami, das läuft doch! Ja. Ja, hab ich doch gesagt. Gut, ich bin vorbeigefahren. Wo warst du bei der anderen sechs Toren? Äh... Beschäftigt. Siehste? Ey, ne Pflanz-Boraden nach der anderen. Oh, Mann! Ich häng an der Wand fest! Nein! Verfluchte! Verdammte! Und Pfosten! Wenn das Pfosten mal ist, das ist ein ganz schön breiter Pfosten. Ja, Pfosten ist bei mir die ganze Wand da drüben. Warte! Alter, ich bin verwirrt! Guck mal, er hat versucht mich kaputt zu machen, diese Pfosten. Das hat er mich aus dem Tor gekickt. Nein! Nein! Ich bin zu früh! Ich bin zu früh! Oh! Ah! Der Tor von Alex! Hehehehe! Distanz-Bor! So? Paff! Na, mal sehen wie schön du das Tor gemacht hast jetzt hier. Ah, schön du hast es gemacht! Ja? Wie ich es gemacht habe, oder nein? Hä? Kann ich sagen, der Hälfte vom Tor hat mich geschehen, ne? Ja? War mir? Hey, die krieg mich weg, diese... Wollen wir jetzt nicht sehen, was ist das für eine Spielbehinderung dort hinten jetzt? Ich kann mich gar nicht mehr sehen. Was ist das? Einstüpfsel... Nein, du bist schuld! Nein, du bist schuld! Gesunder Platz. Ups! Ja, nein! Warte, du musst schon bei so Online-Spielen arbeiten, das mache ich so ein Ries verbittert von dann hier. Wenn irgendjemand mal einen Fehler macht. Uwe, du bist so scheiße, ey, ich hasse dich! Der Ehrgast hat einen Renderplatz. Hm. Ich finde sein Geist cool. Ja, jetzt zieht man ihn nicht mehr auf. Ich hab doch noch gar keine Klasse, ey. Was? Ranglos! Ich bin Prospekt 3, Glior 2. Ich bin Profi.